hallo ich zeige euch heute die zwei unzen goldmünze von jahr der maus aus 2020 das ist eine 200 dollar münze hat zwei unzen goldgewicht und bei der perfmind kann man die auflagezahl nachschauen und die liegt bei knapp über 2000 stück und damit ist sie recht wenig geprägt worden und da lässt sich in zukunft erahnen dass für diese stücke auch über goldpreis ein wert erzielbar sein sollte weil es doch sammler gibt die auch solche kleinen auflagen gerne sich hinlegen und aufheben auf der vorderseite ist die maus zwischen getreidezweigen zeige ich euch mal die rückseite auf der rückseite ist queen elisabeth dann hat man halt hier noch die angabe mit den zwei unzen ich zeige euch mal den durchmesser von der münze die münze die ist fast 14 meter im durchmesser und hat ein gewicht von 62 gramm ja die ist recht selten und das war jetzt die zwei unze goldmünze von australien luna serie 3 bis zum nächsten mal macht's gut tschüss